Wenn Kromprinzessin Viktoria von Schweden ihren großen Tag feiert, dann natürlich mit der ganzen Familie. Die royalen Damen haben sich für den 42. Geburtstag der schwedischen Kromprinzessin ganz besonders in Schale geworfen. Allen voran Prinzessin Madeleine mit stylischen Miami-Glow. Den zeigt die schöne Schwedin beim abendlichen Konzert in Borkholm in ihrem atemberaubenden Outfit. Madeleine hüllt sich in zarte Nude-Töne und setzt mit ihrem Look auf zeitlose Eleganz. Die 37-Jährige trägt einen verspielten Glitzer-Tölrock, den sie mit einem schlichten, nudefarbenen Oberteil kombiniert. Auf den ersten Blick ist der stylische Tölrock der Hingucker, doch schaut man genauer hin, stechen unweigerlich Madeleines Killer-Heels ins Auge. Souveränen Schrittes schreitet die Blondine in ihren Highheels über den Rasen, ganz der royale Profi. Das Schuhwerk besticht durch seine verspielten Riemchen und natürlich durch den Mega-Absatz. Wow, was für ein Look! Ihr Haar trägt Victorias jüngere Schwester elegant zurückgesteckt. Lediglich ihre Ohrringe stechen mit ihrer leuchtenden Farbe aus dem Nude-Look hervor. Für den Victoria-Tag bringt Madeleine einen Hauch Miami in ihre Heimat. Ein Look, der definitiv wieder auf jeder Ebene ein absolutes Highlight ist.